Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläsern abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir eine Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln, sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit acht Siegel und mit fünfzehn Kalonen wird liegen am Kai. Meine Herren, da wird wohl Ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt im Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen euch. Und man sagt, die hat ein Geburt. Und ein Schiff mit acht Siegel und mit fünfzig Kalonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen hundert Gingmittag am Land und werden in den Schatten treten. Und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen ihn Ketten und bringen ihn mir. Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es Stimm sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hopp, 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 hopp. Mit acht Siegel und mit fünfzig Kalonen wird entschwingen mit mir.